Nika, schwer? Ja, klar. Was meinst du denn, wie hoch wir sind jetzt? Weiß ich nicht, ich weiß nur, das ist bestimmt pink, kriegst du schon mal runter hier im Knie. Ja, meinst du ich nicht? Wir setzen uns jetzt gleich da vorne. Hier, oberhalb, machen Picknick mit nichts und ziehen dann von dannen.